Ich mache das schon. Wie sollen wir da rüberkommen? Tyrion! Tyrion! Gul'dan! Dafür werdet ihr bezahlen! Tyrion! Geh zurück! Es ist eine Falle! Das Licht wird mich schützen! Narl, dies ist der Tempel eines Gottes. Euer erbärmliches Licht hilft euch hier nicht. Wenigstens sind eure Freunde noch rechtzeitig gekommen, um euch sterben zu sehen. Narl! Vernichtet ihn! Das Licht! Vordring! Nein! All eure Arbeit, all eure Opfer, nur um eure Champions hier einen nach dem anderen sterben zu sehen. Vernichtet sie! Ich werde euch vorstehren! Rüstet euch, Krieger der Allianz! Es kommt auf uns zu! Es kommt auf euch zu, Windläufer! Los, Krieger der Horde! Zeit der Allianz zu zeigen, wie wir Dämonen abschlachten! Aus dem Teufelsfeuer kommen Bestien! Seid vorsichtig! Der gehört ganz euch, Allianz! Diesmal haben wir! Konzentriert unsere gesamte Feuerkraft! pictured mit euch! Kai-Tan? Die extrem T-Tan Seite! Lasst sie nicht durchbrechen! Ihr habt noch eine Chance. Erledigt ihn, Sylvanas. Dann ist eure Arbeit hier getan, Brin. Je größer sie sind. Keine Zeit für Pralerei, Brin. Wir müssen Gul'dan stoppen, bevor er mehr von diesen Dingern beschwört. Alle Mann über den Graben! Wir nehmen den Felsgrat und decken eure Flanke. Sylvanas, ich danke euch. Viel Glück, Varian. Euch auch. Es gibt kein Entkommen, Gul'dan. Ergebt euch jetzt und ich gewähre euch ein... Entkommen? Wie treffend, Mensch. Vor meinem Meister gibt es kein Entkommen. Werdet Zeugen der wahren Macht von Lord Sargeras! Bleibt standhaft. Wir werden Ihre Linien auch dieses Mal durchbrechen. Angriff! Wir können uns nicht bezwingen, Gul'dan. Gemeinsam werden die Streitkräfte von Azeroth triumphieren. Genug geplaudert, Brin. Tötet ihn endlich! Ich sah das Ende eurer abärmlichen Welt. Das Teufelsfeuer wird euch verschlingen, wie schon 10.000 Welten zu tun. Die Legion ist endlos! Völlig egal, wie viele Dämonen ihr uns entgegenwerft. Ihr werdet sterben, Monster! Wir kehren zurück. Um diese erbärmliche Welt zu erobern. Und sie zu Asche zu verbrennen. Seht ihr es nun? Das Schicksal dieser Welt ist besiegelt. Die Legion lässt sich nicht aufhalten. Und nun werdet ihr fallen. Der Sieg ist unser. Haltet stand! Mechadrill! Bringen wir's zu Ende! Ruf das Luftschiff! Bin schon dabei, Chef! Positionstransangulation läuft! Gen! Gen! Mein König! Weiter vorrücken! Und wenn Leukers schützen sollen, den Himmel säubern! Nein, sie wird nicht. Ich wusste es. Ich wusste, wir können ihr nicht trauen. Ohne die Horde werden wir überrannt. Wir müssen hier weg. Bringt alle zum Luftschiff. Alle Mann! Rüttung! Die Dinge! Ich wusste es. Das ist mein Herkšal! Ohne die Horde! Die Schrift! Ich wusste es nicht. Marianne, nehmt meine Hand! Wir kommen nicht los! Marianne! Marianne! Gebt das meinem Sohn. Gebt das vom Internet. Gebt das! 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 Die Nummer. Jaaahhh! Jaaahhh! Heheheheh! Jaaahhh! Jaaahhh! Man wird eurer Gedenken, dem König, der alles geopfert hat, für gar nichts. Für die Allianz. Jaaahhh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020